Wir sind nicht schlimmer als die Deutschen. Ja, Deutschland müsste auch verschwinden. Das sind doch alles Nazis oder Söhne von Nazis. 1988, Zerstörung Deutschlands durch die Russen. Dafür gibt es großen Beifall. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017